Moin, Tag, Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Jürgen von Datum mit einem kurzen, neuen Video. Ja, ich habe mich heute getroffen mit meinem Bruder, den Jörg. Der Kanal heißt der Handulmann und dem Jörg, der kleine Märklinist. Mit ihm sind wir zur Börse gefahren, weil ich weil man hat sich kombiniert, weil mein Bruder ich was natürlich abgeben musste. So, da haben wir was gefunden und er hat was für mich geholt. Hier diese schöne, so in der Kamera rein, BOL211. Die ist von Lima wohl. Ja, von Lima. Superschönes Ding, ein Pferd. Die kommt vor dem Nahverkehrsset, was ich habe. Hier seht ihr die von unten und mal von oben. Ja, bis so weiter rüber. Kann man jetzt so weiter da. Sehr, sehr schön. Also, da haben wir getauscht für. Und dann kommt noch was Neues dabei, für den Bauzug. Und zwar, dieser Güterwagen hier, der DB Cargo, als Gerätewagen. Der ist von, ich gucke mir die Tricks. Was war das? Ne, vom Fleischmann ist der, oder? Sehr gut. Und von Lima noch ein offener Güterwagen. Für das Gleismaterial natürlich den Gleisschotter. Jawohl, das war es soweit dazu. Hat mal wieder Spaß gemacht. Mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder zur nächsten Börse fahre. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, sehr wahrscheinlich füttert voll Wärm. Ja, nun habt ihr das Rollmaterial gesehen. Ich hoffe, dieses kleine, informative Video, was nicht sehr lange geht immer. Aber ich hoffe, es trotzdem hat euch gefallen. Ihr vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren. Und schaut bei den beiden nach und abonniert ihren Kanal, den Herrn Nullmann und der kleine Märklin ist. Alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jung von Natum.